Moin, ich bin Christian von Hubertus Fieldsports. Ich habe hier die Warn-Wende-Vliesjacke Pirsch von Hubertus Hunting. Eine leichte, schlanke Alltagsjacke, die ihr im Frühjahr, im Sommer oder im Herbst hervorragend entweder als Toplayer oder als Zwischenschicht unter eine andere Jacke tragen könnt. Sie ist absolut identisch aufgebaut. Auf der weichen Vliesseite außen habt ihr zwei große Vordertaschen mit Reißverschluss und ihr habt zwei Brusttaschen mit Reißverschluss. Wenn ihr die Jacke umdreht und es ist die Signal- und Tarnfarbe auf der Außenseite ist der weiche Vlies innen, auch da habt ihr die identischen Aufbau mit den beiden Vordertaschen und mit den beiden Brusttaschen. Das Material der Jacke ist wind- und wasserdicht, sodass ihr auch bei der Pirsch mal in einen Regenschauer kommen könntet, ohne dass die Jacke durchweicht. Der Name bei der Jacke ist auch Programm, weil beide Oberflächenmaterialien geräuscharm sind und ihr eben bei der Pirsch nah an das Wild heranpirschen könnt, ohne dass es verschreckt wird. Einen hohen Tragekomfort und angenehmes Tragen bietet die Jacke dadurch, dass sie im Saumbereich noch einen Kordelzug habt und ihr den Saumbereich individuell anpassen könnt. Sie hat einen hohen Kragen, der am Hals eng anliegt und von daher das Eindringen von Wind eben auch verhindert. Ich trage die Jacke hier in einer ganz normalen Größe M, Herren 50. Sie fällt in der Herrengröße oder in der Konfektionsgröße normal aus. Ihr müsst sie nicht größer oder kleiner bestellen. Ich trage darunter ein ganz normales Shirt oder ein Hemd. Und wie gesagt, es ist eine Alltagsjacke, die ihr bei der Pirsch im Revier oder eben auch in der Freizeit sehr gut tragen könnt. Und wie gesagt, es ist eine Alltagsjacke, die ihr bei der Pirsch im Revier oder 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 im Revier.